So, hier der Gino vom Breakball Team. Ich zeige euch hier mal als Handwerker, was man alles so mit einem Ball konstruieren kann. Und ich sage eins, das wird der Hammer. So, hier der Gino vom Breakball Team. 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 So, Leute. Hat euch das Video gefallen? Dann bitte liken. Und... Dann bitte liken. Wie gesagt, like das Video. Ich bin weg.